Delta to all, Radio check, over. Hier ist Bravo, kommen. Das ist Tango, over. Funkkreis, Podcast der Bundeswehr. Sie tun es, wenn Sie morgens auf dem Weg zur Arbeit sind, wenn Sie im Stau stehen oder auch gleich schon, wenn der Wecker klingelt, richtig radiohörend. Das könnte so klingen. Das ist das Einsatzradio. Radio Andernach. Das Einsatzradio. Live aus dem Studio in Deutschland. Einen guten, guten Tag am Mikro. Hier für Sie, Oberfinrich Christine, Chrissi, Rudolf. In dieser Stunde wird es bei uns bunt gemischt. Also wie so eine gemischte Tüte damals im Kiosk in den 90ern. Und in der finden wir heute saure Cola-Kracher für die MTV Awards, Pico Baller für die Fußball-WM-Quali und diese richtig zähen Weingummis. Naja, halt fürs Jubiläum der Queen. Jetzt aber zu Beginn erst mal You, not us mit All my life. So klingt aber kein normaler Sender. So klingt der Radiosender der Bundeswehr. Radio Andernach. Beheimatet ist der Sender beim Zentrum Operative Kommunikation der Bundeswehr in Mayen. Und die Besonderheit, hier senden Soldaten für Soldaten. Und zwar für Soldaten, die gerade für die Bundeswehr im Einsatz sind. Einen oder vielmehr eine von den Kameraden und Kameradinnen vom Radio, die normalerweise hinter dem Mikro stehen, konnte ich davon überzeugen, die Seiten zu wechseln und sich heute für unser Gespräch mal von mir löchern zu lassen. Sie heißt Chrissy Rudolph und ist als Oberfinrich schon viele Jahre bei Radio Andernach, dem Betreuungssender der Bundeswehr. Ich bin Hauptmann Janet Watson, neuestes Mitglied im Funkkreis-Team. Und zusammen mit Chrissy möchte ich rausfinden, wie es ist als Redakteur bei einem Radiosender der Bundeswehr. Chrissy und ich werden uns duzen, weil wir uns schon ein paar Jahre kennen. Und ich starte einfach direkt mal und sage, hi Chrissy. Hallo Janet. In den Köpfen der Leute ist die Bundeswehr ja eher schlammig und eher draußen beheimatet. Erzähl doch mal, wie du in einem Tonstudio gelandet bist. Ja, ich bin so der typische Schönwetter-Soldat. Ich sitze tatsächlich immer in meinem Radiostudio vor einem Mikrofon und das in Uniform. Mit Schönwetter-Soldat hat das Ganze gar nicht so viel zu tun, aber Uniform ist schon das richtige Stichwort, denn das unterscheidet euch von anderen Radiosendern, von ganz normalen Radiosendern. Aber so viel mehr unterscheidet euch dann irgendwie doch nicht. Ich würde sagen, er ist auch fast so wie das ganz normale Radio, was man aus der Heimat kennt. Aber wir haben ein bisschen andere Themen. Also wir sind da, um die Leute im Einsatz zu unterhalten. Und dementsprechend sind die Themen natürlich auch manchmal. Wir haben ein bisschen mehr Bundeswehr mit drin, aber wir haben zum Beispiel auch den Blick auf den roten Teppich. Also es ist sehr bunt gemischt. Ganz getreu dem Motto Soldaten senden für Soldaten. Und das ist auch euer Slogan. Und dafür steht ihr auch. Ihr sendet für die Soldaten draußen in den Auslandseinsätzen. Ja, also wir haben ja irgendwie so unseren eigenen Jargon, in dem wir reden. Also es ist schon eine andere Zielgruppe. Unsere ist auch alterstechnisch sehr breit gefächert. Wir haben die ganz Jungen mit Anfang 20 und dann geht das natürlich hoch bis Mitte, Ende 50 oder vielleicht noch älter. Und das ist schon außergewöhnlich. Dementsprechend sind auch die Musikgeschmäcker der Leute sehr, sehr unterschiedlich. Aber ansonsten würde ich sagen, sind wir halt, wie das so oft genannt wird, der Querschnitt der Gesellschaft. Und genau für die machen wir Radio halt immer nur mit dem Aspekt, Achtung, wir haben alle eine Uniform an. Jetzt hast du dir wahrscheinlich aber nicht vorgestellt, als du die Uniform das erste Mal angezogen hast, dass du irgendwann mal beim Radioland ist. Doch, tatsächlich schon, weil das war von Anfang an mein Traum. Ich wollte schon mit 14 Radiomoderatorin werden. Da wusste ich noch nicht, okay, in Uniform oder nicht. Aber wie der Zufall es wollte, sind wir wirklich um die Ecke von diesem Studio hier gezogen. Und so habe ich mit 15, nee, mit 16 mein erstes Praktikum gemacht bei Radio Andernach. Und ab diesem Tag war klar, ich will genau hier hin. Erzähl dir mal, wie es dann weiterging. Ja, dann habe ich es auch tatsächlich zur Bundeswehr geschafft, mit 18 damals. Aber leider war keine Stelle beim Radio frei. Also bin ich trotzdem in Mayen geblieben, wurde zur Kamerafrau ausgebildet. Und dann von heute auf morgen war dann plötzlich doch eine Stelle beim Radio frei. Und zack, ist mein Traum Wirklichkeit geworden. Und dann bist du ausgebildet worden zum Newsman oder beziehungsweise zur Newswoman und auch zur Moderatorin. Genau, ich bin ausgebildet worden zu allem, was man so im Radio hört. Also man lernt dann Interviews führen, man lernt Nachrichten zu sprechen, was was ganz anderes ist, wie so die Alltagsmoderation. Und ich muss auch sagen, ich bin nicht der beste Newsman, weil da muss man wirklich sehr strukturiert sein und man muss recht neutral sein. Und ich bin halt dann doch eher so gute Laune und positive Vibes versprühend. Und das passt nicht so in die News. Deswegen ist mein Steckenpferd so die Morningshow, in Anführungszeichen. Wahrscheinlich kannst du dich gar nicht entscheiden, was am meisten Spaß macht am Moderieren. Ach alles. Ich freue mich schon, wenn ich morgens ins Büro komme und die Sendung vorbereiten kann. Und wenn ich dann irgendwelche ganz komischen, verrückten Ideen habe und die dann verwirklichen kann. Also alleine heute Morgen in der Sendung habe ich irgendwie einen Vergleich mit den Tagesthemen und einer Süßigkeitentüte aus den 90ern gemacht. Jawohl. Und die Anmoderation haben wir am Anfang sogar schon gehört. Klingt jetzt total kurios, aber genau das ist es. Also ich habe irgendeine verrückte Idee und die kann ich sofort umsetzen und aussprechen. Deine Themen entstehen aber nicht spontan, wenn das Mikro schon angeschaltet ist, sondern dein Alltag sieht ein bisschen anders aus. Erzähl doch mal. Du kommst morgens ins Büro und dann... Dann setze ich mich erstmal an den Laptop. Da erarbeite ich mir dann die vier Sendestunden, die dann folgen ab 9 Uhr und schau einfach so in die Welt. Was gibt es für Themen? Was gibt es politisch? Was gibt es vielleicht auch bundeswehrintern? Was gibt es Neues bei den Promis in der Welt der Stars und Sternchen? Und dann bereite ich so mit Beiträgen und Moderationen die Sendung vor. Dann ist um 9 Uhr Startschuss. Dann heißt es vier Stunden konzentrieren. Ist übrigens gar nicht so einfach andauernd, ohne Versprecher in dieses Mikrofon zu reden. Ja und dann nach der Sendung ist dann noch ein bisschen Nachbereitung. Quasi wieder die Vorbereitung für den Folgetag. Jetzt sitzt du aber nicht den ganzen Tag in einem Tonstudio, sondern du bist auch unterwegs. Und zwar eigentlich überall. Nicht nur deutschlandweit, sondern teilweise auch weltweit. Ja, ich durfte sehr, sehr viel reisen mit Radio Andernach. Das war auch immer mein Ziel. Ich wollte die Welt sehen, die Welt entdecken und mittendrin, statt nur dabei zu sein. Ich habe sieben Auslandseinsätze gemacht und habe auch andere Dienstreisen erlebt. Ich war fünfmal in Afghanistan, einmal in der Türkei und einmal in Mali. Und abgesehen davon war ich dann noch zum Beispiel mit der Frauenfußballmannschaft der Bundeswehr in Griechenland oder den USA. Und ich war bei den Invictus Games dabei in Toronto und in Orlando in Florida. Wahnsinn. Du bist ja schon überall und nirgendwo gewesen mit deinen ganzen Auslandsreisen. Jetzt bringt man aber auch von Reisen immer Erinnerungen und Geschichten mit. Und ich bin jetzt gespannt, was deine spannendste ist. Da gibt es so unzählige. Aber eine bleibt mir auf jeden Fall wirklich immer in Erinnerung. Das war, als ich den Coin vom damals US-Vizepräsidenten bekommen habe, der jetzt der richtige Präsident ist. Joe Biden, ja. Ganz genau. Von dem habe ich einen Gruß bekommen und einen Coin. Und der liegt wirklich auch zu Hause. Den halte ich in Ehren. Und das war wirklich was ganz Besonderes. Wenn Joe Biden dich quasi in den Arm nimmt und dir einen Gruß gibt, ja, das erlebt man nicht alle Tage. Ich habe jetzt schon fast ein bisschen Gänsehaut. Ja, das klingt nach einer sehr, sehr spannenden Erfahrung. Aber Korrespondentenreisen, und das ist ja das, was du gerade erzählt hast, nämlich eine Reise, wo du ein paar Tage oder ein paar Wochen unterwegs bist, jemanden begleitest oder irgendwo hinfährst, wo was passiert und direkt von vor Ort berichtest. Das ist ja nicht ausschließlich euer Kerngeschäft, sondern ihr seid auch in den Einsätzen unterwegs. Und da nicht unbedingt als Korrespondenten, so wie jetzt zum Beispiel das Team in Mali, sondern auch früher zumindest in Form von einer Einsatzredaktion. Genau, wir hatten ein eigenes Studio im Einsatz. Wir hatten also genauso wie hier unsere Sprecherkabine und die Technikerseite. Es war halt ein bisschen kleiner als in Deutschland. Aber ansonsten hatten wir eine Morningshow. Wirklich auch Guten Morgen Afghanistan, so hieß sie. Und waren zum Schluss ein Drei-Mann-Team. Ein Techniker, ein Newsman und ein Moderator. Wir haben immer ein bisschen durchgeswitcht pro Woche. Und dann haben wir versucht, die Moral der Kameradinnen und Kameraden im Einsatz aufrechtzuhalten und haben einfach jeden Tag Spaß im Radio gehabt. Also warst du nicht nur für die Soldaten im Einsatz da, sondern du warst selber Soldat im Einsatz und selber Zielgruppe. Das war ich auf jeden Fall. Also ich hatte immer am rechten Bein meine Waffe natürlich in meinem Holster. Und in meiner linken Beintasche hatte ich immer mein Mikro mit dabei. Also so hat man mich wirklich jeden Tag in Mazar-i-Sherif gesehen. Und dann habe ich die Kameraden im Einsatz interviewt und habe dir vorgestellt, was es da alles gibt. Vom Sattler bis zum Sanitäter. Ich habe wirklich versucht, jeden Dienstposten mal den Kameradinnen und Kameraden näher zu bringen. Ja, vor allem das Schöne ist, da bekommt man wahrscheinlich auch direkt Feedback, wenn man unter den Leuten ist, für die man ein Programm morgens macht. Das auf jeden Fall. Also wenn ich mich versprochen habe, dann war das nachher Thema. Dann wurde man da ein bisschen mit aufgezogen. Aber das hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich musste meist auch selber über meine Versprecher immer lachen. Spätestens in der Küche lernen. Ja, da auf jeden Fall. Ja, da waren wirklich die absoluten Knaller mit dabei. Jetzt habe ich vor Jahren mal jemanden gehört, der sagte, Mensch, wenn du über eine Panzerhaubitze bei 50 Grad in der Sonne beziehungsweise in der Wüste berichten willst und wissen willst, wie das Ganze ist, dann musst du bei 50 Grad in der Wüste in dieser Panzerhaubitze sitzen. Ansonsten weißt du nicht, wie es geht. Genau das ist es. Also der Einsatz ist eben eine ganz, ganz spezielle und herausfordernde Situation und ich hatte das auch mal als Feedback. Zum Beispiel hat ein Kamerad gesagt, Mensch, es war so schön, wir saßen im OP North und haben gewisse Sachen überwacht und haben aber immer uns zugehört. Jetzt weiß man wahrscheinlich noch, dass der OP North ein Außenposten für die Bundeswehr damals in Afghanistan war, aber sonst hat man wahrscheinlich keine großartigen Vorstellungen, wie es da ist. Dann habe ich gesagt, gut, dann muss ich mal in den OP North, um zu gucken, wie dort das Camp Leben ist, weil ich kann nur eine gewisse Art von Personen ansprechen und zwar die, wo ich selbst weiß, wie der Alltag dort ist. Und deswegen habe ich auch im Einsatz wirklich so ziemlich jedes Camp der Bundeswehr besucht und mal gesehen, weil du musst mit jedem Camp anders umgehen. Das fängt schon bei total einfachen Sachen an, wie im OP gab es eben nicht all die Verpflegung oder die Sachen aus dem Marketender, wie sie es zum Beispiel in Masar-i-Scharif gab. Jetzt konnte man in Masar-i-Scharif beim Marketender Lebensmittel einkaufen. Klingt, als wäre das alles ein bisschen spartanischer eingerichtet gewesen im OP. Genau, also Masar-i-Scharif war wirklich schon ganz normales Leben fast im Camp. Also du konntest einkaufen gehen, du konntest mit den Kameraden was trinken gehen und im OP hattest du eben nur deine kleine Küche mit deiner Einheit. Und ja, da gab es dann Panzerkekse statt, was weiß ich, irgendwelche Chips. Da kommt es vermutlich auch auf ganz andere Sachen an. Der Zusammenhalt war ein ganz anderer. Auf gut Deutsch saß man da wirklich zusammen in der Scheiße, wenn ich das so sagen darf, und hat das dementsprechend ganz anders erlebt, diesen Einsatz. Der war viel herausfordernder nochmal als anderswo. Und dementsprechend hat es einen einfach zusammengeschweißt, wenn man dort seine Zeit eben verbracht hat. Du warst aber nicht nur in den Camps unterwegs, sondern du warst vor allem auch außerhalb des Feldlagers unterwegs, gerade in Afghanistan. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe überall in jedem Einsatz auch dafür gesorgt, dass ich wirklich auch mal dieses Camp verlassen kann, weil mir war es auch immer wichtig, wie ticken eigentlich die Menschen in dem Einsatzland? Also ob es in Mali oder in Afghanistan war, auch in der Türkei, ich bin immer raus aus dem Camp, weil ich mir das auch einfach anschauen wollte. Ich wollte wissen, worüber rede ich da? Und wenn ich nach Hause komme, wenn die Leute mir Fragen stellen, wollte ich die auch richtig und korrekt beantworten. Und deswegen habe ich mich auch außerhalb der Campmauern ein bisschen bewegt. Und auch da hast du Geschichten mitgebracht, nicht nur für die Redaktion und fürs Radio, sondern vor allem auch für dich selber. Da muss ich sagen, da ist es die jüngste Erfahrung, die ich gesammelt habe. Das war in Mali, wenn einfach gefühlt 100 Kinder auf dich zugelaufen kommen, die dich umarmen und die froh sind, dass du da bist und du kannst dich mit denen beschäftigen. Und Kinder im Einsatzland sind sowieso immer absolut Gänsehautmoment. In Afghanistan habe ich den Kindergarten besucht. Und ja, diese Liebe und diese Herzlichkeit, die man da erfährt, das ist einfach immer wieder schön. Und genau durch dieses Fassbare und durch dieses Nahbare nimmt man am Ende, glaube ich, die Bilder mit, die man dem Hörer am Ende so ein bisschen in den Kopf setzen kann. Das ist wahr. Also wenn man da sieht, was man da vielleicht auch erreichen kann, das ergreift einen richtig. Und es klingt auch ein bisschen, als wäre der Dienstposten des Redakteurs bei Radio Ananach auch so ein bisschen derjenige, der dir am meisten irgendwo Einblicke gewähren kann. Ich glaube, das ist es wirklich. Also nenn mir irgendeinen anderen Dienstposten, in dem man so viel sieht wie bei uns. Weil wir können sagen, okay, heute interessiere ich mich für die Wetterstation. Dann gehen wir zur Wetterstation und machen ein Interview. Am nächsten Tag sagen wir eben, okay, ich möchte jetzt mal was von dem Land sehen und dann können wir eben auf eine Patrouille mit rausfahren. Und so vielfältig ist, glaube ich, kein anderer Job der Bundeswehr. Und deswegen liebe ich diesen Job so sehr. Klingt so ein bisschen, als würdest du alles richtig, richtig gern haben auf deinem Dienstposten. Wobei, nee, stimmt. Vorhin haben wir ja drüber geredet, News machst du nicht so gerne. Aber thematisch bist du, glaube ich, immer mit ganz viel Herzblut dabei. Und deswegen würde ich jetzt gerne mal mit dir über dein coolstes Projekt reden. Da muss ich sagen, sind es die Invictus Games. Einfach, weil es wirklich auch Gänsehautmomente waren. Man war wirklich mittendrin, man war hinter den Kulissen. Man hat Prinz Harry kennengelernt, wie eben schon erwähnt Joe Biden oder sämtliche anderen Promis. Und auf der anderen Seite eben das deutsche Team oder allgemein die Invictus Teilnehmer. Und das ist eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Und ich durfte zweimal Teil davon sein als Radio Andernacher. Und das war wirklich immer cool. Ich würde nochmal fix erklären, was die Invictus Games sind. Das sind internationale Sportwettkämpfe, bei denen versehrte Einsatzweteranen antreten und mit Sport ihre Erkrankungen wie zum Beispiel PDBS bekämpfen und auch besiegen sollen am Ende. Ins Leben gerufen hat die Spiele Prinz Harry. Und für weitere Infos kann man sich auch unsere 115. Podcast-Folge anhören. Invictus Games zu Besuch im Trainingslager. Ein super emotionaler Moment bei den Invictus Games für mich war übrigens, als ich einem Teilnehmer mitteilen durfte, dass er die Silbermedaille bekommen hat. Der war im Liegefahrrad unterwegs und kam ins Ziel rein. Ich habe ihm sofort das Mikro unter die Nase gehalten und habe ihn gefragt, ob er denn weiß, was er gerade geschafft hat. Und er guckt mich mit großen Augen an und sagt, nee, was denn? Und ich sage, Mensch, du hast gerade Silber für Deutschland eingeholt. Und er schrie einfach nur ins Mikro, umarmte mich. Und das ist irgendwie so ein Moment, so ein zwischenmenschliches Ding. Das begeistert mich heute noch. Das glaube ich. Und genau nach der Geschichte bin ich jetzt ein bisschen neugierig. Wenn du die Wahl hast zwischen, du sitzt in einem Tonstudio und moderierst die Morningshow oder du hast dein Mikro in der Beintasche und bist unterwegs oder du bist vielleicht sogar im Einsatz und kannst beides so ein bisschen miteinander verbinden. Deine Wahl fällt auf. Ich bin ein kleiner Einsatzjunkie. Ich würde mich definitiv für das Mikro in der Beintasche und draußen unterwegs entscheiden. Es ist immer was ganz Spezielles, im Einsatz zu sein. Und es hat mir immer was gebracht. Ich bin immer erwachsener zurückgekommen und hatte aber wirklich immer Spaß. Also ich würde nie ein schlechtes Wort über irgendeinen Einsatz verlieren. Das, was die Einsätze miteinander verbindet und vor allem aber auch einfach die Brücke aus der Heimat in den Einsatz schlägt, sind die Grüße von Radio Anna nach. Und selbst zu Zeiten von WhatsApp und Co. sind die immer noch richtig aktuell. Also wir haben jeden Tag Grüße aus der Heimat für die Kameradinnen und Kameraden im Einsatz. Und auch da erlebt man Gänsehautmomente. Wenn da so ein zwei Meter Bär neben dir steht, der hört, wie seine Tochter ihn grüßt mit so einer Babystimme. Und bei ihm fließen die Tränen und es läuft ihm alles das Gesicht runter. Ja, das ist einfach unglaublich ergreifend und wunderschön. Und dann merkst du, du bist genau richtig hier mit deinem Job, weil du hast ihm jetzt den Tag versüßt. Und da kommt es am Ende gar nicht so drauf an, was es genau für ein Gruß ist. Also ich habe tatsächlich über die letzten Jahre immer mal wieder was davon mitbekommen. Da war ja alles dabei. Von Heiratsanträgen über Hochzeitstag, dass man sich da gegenseitig gratuliert hat. Über, man war plötzlich mit dem Bruder oder der Schwester zwar im Einsatz, aber in zwei unterschiedlichen. Und dann haben die sich untereinander gegrüßt. Oder einfach nur, wenn man wusste, jo Mensch, einer meiner Lieblingskameraden ist gerade weg. Und dann geht das natürlich auch in die Richtung. Es ist also immer noch ein totales Standbein von Radio Anna nach. Und jetzt bin ich neugierig, wie das mit den Grüßen funktioniert. Ja, am Muttertag jetzt hatten wir tausende von Grüßen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eigentlich total einfach. Entweder man trifft uns auf einer FBZ-Veranstaltung oder man trifft uns sonst irgendwo, wenn wir irgendwelche Interviews machen. Und kann uns direkt ansprechen und sagen, ich würde gerne jemanden im Einsatz grüßen. Oder noch viel einfacher, direkt von zu Hause auf der Couch mache ich die Radio Anna nach App auf. Und dort kann ich einfach einen Gruß losschicken. Es ist wirklich total easy. Muttertag ist da ein super gutes Stichwort. Das war nämlich nicht nur eine Grußaktion bei Radio Anna nach, sondern auch eine Betreuungsaktion. Das lief im Einsatz in Mali unter dem Namen Muttertag in Flektan, grüßt die Mutter der Kompanie und hat unter den Einheiten dort einen richtigen Wettkampf ausgelöst. Unfassbare 4.681 Grüße sind da zusammengekommen. Und damit hatten die Einheiten in Mali vor allem eins, ein riesengroßes Gewinnspiel. Es ist nämlich auch Aufgabe von Radio Anna nach, die Soldaten im Einsatz zu betreuen und nicht nur zu unterhalten und zu informieren. Und Betreuung gehört für euch ganz selbstverständlich dazu. Ja, also die Kameraden und Kameradinnen lassen sich da wirklich alles Mögliche einfallen. Das sind manchmal Sportveranstaltungen, die dann auch übers Radio bekannt gegeben werden. Quizveranstaltungen, manchmal sind es sogar Konzerte. Also da ist wirklich alles möglich. Und so ein Bingo-Abend oder so ein Quiz-Abend hast du wahrscheinlich auch schon moderiert. Nicht nur eine. Ich wusste am Anfang gar nicht, wie man Bingo wirklich spielt. Und dann war man plötzlich Bingo-Fee und dann Bingo-Moderator. Und ja, machte auf jeden Fall super viel Spaß. Und ich hätte auch niemals gedacht, dass Leute, die jünger sind als die typischen Rentner, die Bingo spielen, da so viel Spaß bei haben. Also ich habe es selber schon gespielt. Man muss aber auch sagen, die Preise waren echt genial. Da gab es halt eine Spiegelreflexkamera oder so. Und wir haben alle zusammen da gesessen und haben Zahlen angekreuzt. Es war grandios. Klingt alles in allem wie die absolute Werbung für diesen Dienstposten. Wir haben einfach unfassbar viel Spaß bei der Arbeit. Und das hört man raus. Und wir kombinieren Spaß mit Emotionen und Informationen. Und das schafft sonst keiner. Und das war genau das richtige Schlusswort, würde ich sagen. Ich danke dir, Chrissi, dass du da warst und ich dich im Funkkreis zu Gast haben konnte. Die nächste Folge vom Funkkreis-Podcast gibt es in zwei Wochen wieder. Ich bin Hauptmann Janet Watson. Zu Gast war heute bei mir Oberfehnrich Chrissi Rudolf, Redakteurin bei Radio Andernach. Und damit melde ich mich ab. 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 Vielen Dank.